Hallo und herzlich willkommen zu einer Online-Folge von... Fallout 76 Okay Kommt da 3 Armbrustpult Zuge Entschärfen Was Entschärfen? War das ne Bombe? Ne Klimpermine Klimpermine Vorsicht Gegner Vorsicht da links Mist Ja Mist Kasse das so wackelt ey Was? Hat keinen doppelten Scham bekommen Öl Kanister Militäruniform ja das ist cool Was? Wer hat die gehabt? Ne die lag da Was? Oh Rakete lag da drinnen Hier brauchst ne Schaufel zum Schaufeln Oh hier Holoband Der Winter war brutal Der Winter war brutal Er fing ein paar Wochen nach den Bomben einschlägen an und scheint nicht mehr aufzuhören Gehen wir hier richtig? Gehen wir hier richtig? Oder können wir erstmal hier irgendwo lang gehen? Das war nicht gleich zum Ende gehen Die Kinder nannten sie Die Kinder nannten sie Wendigo Ja und das wissen wir ja nicht Also können wir überall hin Oh 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 Alter Schwede, er geht auch nicht raus aus den scheiß Menü dann, während er nachlädt oder irgendwas macht. Huch, Alter, ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab doch irgendwas Leuchtenes sehen. Ich mein natürlich, öpsi. Öpsi. Oh, okay. Ich glaub, in Richtung, ich glaub, ich weiß. Das da. Das da. Wow, okay. Ich dachte, wir wär ein bisschen... Siehste, wie sieht's mit meinem Saufen aus? Oh. Oh, jetzt hat er... Ich hab nichts zu saufen mehr. Ich müsste mal kurz durchgucken, was ich eventuell noch dabei hab. Giftiges Wasser, super. Gönn dir. Mutziges Wasser. Ja, ich muss hier das Wasser ganz so aus. Das hat er auch schon so oft getrunken. Aber wo ist das aufbereitet? Das müsste ich auch noch haben. Ah, hinten auf dem Rücken bringt das ja nix. Ja. Mal mitten in die Fresse rein. Ich bin ein Feuerwehrmann. Feuerwehrmann Sam, ja. Nein. Dieser komische kleine Drache. Drache? Komm mal drauf, wie er heißt. So muss das. Und nicht anders. Das ist hier irgend so ein kranker gewesen. Oh, 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 ich, ich, ich. Wow. Oh, nicht die Viecher schon wieder. Und dann Level 30er. König. Majorlock König. Ja. Schrotflinte, Schrotflinte. Ja, ich will schon, ich will schon. Ja. Ich bin tot. Was? Kuchen wir. Äh, ich bin gleich selber tot. So, und jetzt weg. Ja, ich muss nachladen. Ich auch. Alter. Wir machen gar keinen Schaden, kann das sein? Nein. Mit der Axt habe ich ein bisschen Schaden gemacht, ja. Du machst ja gar keinen Schaden mit der Schusswaffe, irgendwie. Hast du keine Schlagwaffe? Nein. Warum kriege ich nur so wenig Leben zurück, wenn die 20% aktiviert sind? Schnell, 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 schnell. Äh. Ich kann mich nicht. Heile dich mal schnell, damit du mich vielleicht wieder heilen kannst. Erst los. Ja, ja. Alter. Oh. Was? Ach nee, das sind nur die Dings-Stim-Packs. Ich habe keine Super-Stim-Packs mehr anscheinend. Aber warum? Ich habe die gar nicht aufgebraucht. Pass auf, hier nicht drüber laufen, über die Nagel-Caddy. Ich suche gerade meine Stim-Packs. Ich habe keine normalen Stim-Packs mehr. Was? Ich habe nur noch vier verdünnte. Tatsächlich. Was? Ach nee, ich habe noch drei Stim-Packs. Ach du Scheiße. Komm, lass jetzt auf dem direkten Weg mal dahin. Ja, wenn ich mal was markiert sein muss. Ist doch da. Da hinten rechts ist schon wieder ein Vieh. Siehst du den da? Im Wasser. Oh nein, jetzt noch Meier-Lock-König. Oh. Kleine Viecher kommen. Da kommt der Große. Natürlich nicht. Ich wollte sagen, versuchen durchzulaufen, aber... Ja, da kommen wir nicht lang. Er sieht uns nicht mehr, oder? Nee, er sieht uns wenigstens nicht mehr. Ich habe Meilmittel von... Darum braucht man nämlich auch Granat mehr von all so einen Scheiß. Wie sind denn die Viecher denn? Aber wir müssen da aber lang. Ja. Versuchen durchzulaufen. Müsst ihr nur den Schlüssel finden, oder nicht? So, irgendwo mache ich am Ende bestimmt eine Leiche liegen. Erstmal so weit rankriechen, wie es geht, und dann... Ist das dunkel ohne Licht. Pass auf, da ist dann... Die können wir doch wegschießen, oder nicht? Ja, nach heute... Alter, ist das dunkel. Ja, okay, du hast auch Licht an. Ich glaube, das sind... Ist doch nur Level 12. Da ist das Vieh. Ja. Liegt der da bestimmt auch irgendwo, den wir brauchen. Können wir jetzt mal die kleinen Viecher abknallen? Wenn du welche siehst. Ja, ich habe da rechts gerade den gesehen, aber der ist gerade zur Seite gegangen. Mit einem Busch da irgendwo. Wir brauchen Schalldämpfer auf dem Scheißdämpfer. Da ist der König. Vorsicht. Gefahr. Gefahr. Oh. Immer noch in Gefahr. Er hat hier halt hertipäht. Schnell, Lauf. Ach, du Scheiße. Ich glaube, da hinten ist er. Ja, hier hinten ist das Zeichen. Oh. Nein. Hier ist eins von diesen Monstern. Oh Gott. Das müssen wir killen. Ja, hier, pass auf, pass auf. Ich weiß. Ich habe es gesehen. Äh, die bekämpfen sich gegenseitig. Oh, wie geil. Gott sei Dank. Dann lass uns auf den anderen gleich schießen, auf den, den wir killen müssen. Er rennt weg. Ich habe ihn nur einmal getroffen. Oh nein. Hinhocken, hinhocken. Bin ich schon. Gefahr. Bin ich Schlange. Gefahr ist trotzdem. Oh. Das ist scheiße. Lass hinlaufen zu unserem. Lass zu unserem hinlaufen. Lass hinlaufen. Ja. Ja. Ich bin gleich tot. Ah, der haut bestimmt vielleicht allgemein ab. Oh Gott, hier sind wilde Ghule. Das ist mir gerade so egal. Ich bin gleich tot. Hier ist er auch irgendwo, ne? Hier ist er. Ja, ich weiß, ich will jetzt nicht zu nahe. Der kriegt auch nur so, der kriegt auch nur so viel Schauen. Der haut allgemein ab. Gott sei Dank. Nein. Ja. Ja, du Sau. Oh, bitte heil mich nochmal. Oh, danke, danke, danke. Nein. Ich bleib hier stehen, damit er nicht rauskommt. Hinter dir, glaube ich. Äh, ich glaube ich auch. Irgendwas war da. Ja, komm, ein Schlag noch. Ja. Oh, sei Dank. Schlüssel. Raus dir, raus dir, raus dir. TP dich. Geht das überhaupt? Direkt bei Top of the World. So, kannst dann zu mir. Ich sag dann. Äh, kannst. Guck immer wieder. Man drückt immer wieder Escape. Ich hopp mich hier hin in die Ecke. Ich bin schon... Jetzt musstest du mich finden. Sehen auf der Karte. Auf Top of the World. So. Äh, da. Ey, ich krieg jetzt von dir 24, 8, 32. Die Hälfte 15, 16 krieg ich von dir noch. Nehmen an, dass sich die Goumets gegenseitig verspeist haben. Ich will gar nicht wissen, was wirklich passiert ist. Danke daran, dass ich mich selbst nicht gebt bin. Ich gebe mich an. Ich bin froh, dass auf ihrer Speisekarte nie Roboter standen. Also, es gibt noch ein Schlüsselfragment. Oh, wir müssen noch einen. Scheiße, hätten wir uns gleich dahin TP'n können. Noch einen Schlüssel müssen wir holen. Einen Schlüssel. Ich hab gesehen, wie er in der Nähe seines bevorzugten Barbecue-Schuppens herumfließt. Aber ganz gut, dass er uns das Vieh nicht angesprochen hat, ey. Ähm. Muss ich mit irgendeinem Gegenstand machen, ne? Ja. Also, allen Beteiligten einen wirklich großen Dienst erweisen. Wenn sie uns von ihm erlösen, sich den Schlüssel nehmen. Ach stimmt, ich muss ja von dir. Nochmal. Ist nichts drinne bei mir. Nein, ich versuche hier auch... Ich bin wieder ganz raus. Auf Menschen. Man, das Spiel, das regt mich echt auf, ne? Ich krieg wieder so'n räuligen Fuß. Wir müssen echt noch irgendwo hin. Ja. Töte David und erhalte den Schlüssel. Also, wir müssen unbedingt das Spiel nochmal ziemlich stark ändern, finde ich. Also, hier muss noch vieles geändert werden. Aber finden alle irgendwie, Gott sei Dank. Ich hab nur noch zwei verdünnte Stimpaks, ne? Du Scheiße. Zwei. Ich hab sonst damals nie so viele genommen, oder so. Das freut mich sowieso, warum ich so wenig noch habe. Ich hab hier alle meine in Stinks gepackt. In meinem Inventar. Oder halt... Na, weiß er, was ich meine. Ja, okay. Ja, der Handspann-Revolver braucht richtig ewig zum Nachladen, ey. Ist das hier der Shop? Ja, Gott sei Dank. Oder die Sicherheit. Munitionsschuppe. Ja, schon so geile Rüstung. Die kann ich alle verkaufen, weil die erst ab Level gefühlt 10.000 ist. Hm. Der 5 Stimpaks, 380. Das ist so lächerlich. Die können doch nichts Wichtiges so teuer machen. Das, was man die ganze Zeit braucht. Na, eigentlich nicht. Die können Sie, Leute, erstechen können. Wir werden Sie vielleicht fündig. Aggressotron-Kling-Mod. Boah. Lederrüstung-Bein-Mod. Handelt. Roboterrüstung. Roboterrüstung. Gitarren-Schwert hast du verkauft, ne? Golf-Tee? Golf-Tee. Das ist so ein, ähm... Wo man den Golf-Ball draufpackt, um den abzuschlagen. Wow. Hast du das Gitarren-Schwert verkauft? Nein. Gar keinen Fall. Das hat der nämlich gerade. Für Level 25. Guck mal. Gleich. T-45, rechtes Bein hat der. Hast du verkauft, ne? Nein. Scheiße, echt jetzt? Ja. Oh nein. Wieso? Achso, weil du verkauft hast du was. Ja. Kostet jetzt nur 110, keine Sorge. Ja, ich hab's heute für 20 verkauft. Ja. Alter, halt Pech. So, was wolltest du? Hier. Militärrüstung drunter. Und weißt du, was das cool ist? Inspektoren-Outfit kann ich doch drüberziehen. Was meinst du, wie heiß der sein muss? Ja. Was ist hier? Was ist hier auch so bei meinem? Wie seh ich eigentlich aus ohne die Dinge? Ey. Wow. Hä? Wow. Stimmt, ich hab ja die... Ich hab ja die Volt-Klamotte wegge... Äh... Weggepackt gehabt. Ach ja, die hab ich schon lange weg. Mit dir, die Feuer mal drunter. Wow, sie brille Scheiße. Äh... Muss ich wieder mit der Billo-Gas-Maske rumlauern. Billo-Gas-Maske. Und Dietl war sein Name. Äh... Beute aus zweiter Hand. Größtenteils ohne Blutflecken. Psycho-Tats. Wahrnehmung weg. Overdrive. Blödsinn. Psycho-Blödsinn. Mentats-Blödsinn. Rad X. So und so. Äh... Psycho ist ziemlich gut. Plus 15 Schaden. Äh... 25% Schadenresistenz. Für 3 Minuten. Erhöhter Hunger und Durst ist in ihm. Ja, war ganz schön dolle sogar. Minus 1% und minus 3%. Minus 1% Hunger, minus 3% Wasser. So. Ja gut, dann los. Ach, zu dem Barbecue. Geil, da war ich sogar schon mal. Können wir uns hin tp'n, aber ach, das ist eigentlich nicht so weit. Nö. Bist hinter mir, oder? Du bist schon wieder so weit weg, Alter. Ich versteh nicht, warum du mal so lange laufen kannst. Bin nur von dem Haus weggelaufen. Ich hab doch eine Karte. 20% länger. Ja. Musst du mir mal sagen, unter was die ist? Die hast du auch schon. Du hast gesagt, du hast auch nichts gemerkt. Nee, ich hatte eine mit 50% schneller regenerieren. Ach so. Wow. Du wirst schon wieder geschutet. Wer macht hier Bang Bang? Das ist nichts gut. Nein, 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 nein. Schießen ist Gefahr. Ich wache das nicht. Mache nicht kaputt. Nein. Oh, ihr Schönen. Will es. Schieb. Schieb. Hä? Ich hab's gerade gespawnt. Wow, macht der komisch an. Ach so, das sind schon Level 23. Ja. Also, das Nachladen mache ich nicht mit bei der Waffe, Alter. Der Harnspanngewölber ist ja so scheiße, ey, macht. Die Ladezeit einfach mal. Ach du Scheiß, wie viele. Ja. Ah, Schrohnflinte ist kommen. Ich komme nicht weg. Meine Waffe ist kaputt. Oh, das Auto. Oh, ja, ich hab da drauf geschossen die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, renne nicht hin, aber da hat es schon geworben gemacht. Ich hätte ruhig mal vorher was sagen können. Äh, jetzt müssen wir die Typen da killen, wahrscheinlich, den Boss. Ich bin aber gleich tot. Nein, über den müssen wir ran. Junge, Junge, Junge. Ja, ein Schuss und ich bin weg. Jetzt war ich nochmal erheilt. Wahrscheinlich mein letzter Stimpick. Ja. Das ist ein Gegner, sage ich doch. Das ist ein Typ in einer fetten Klamotte. Wir müssen ihn töten. Das stand doch, glaube ich, auch in der Mission. Steht doch, töte David. Ich wollte gerade sagen, steht doch da. Sag, wir müssen nur ran. Aime gerade. Nein, ja, ich hab gesagt, ich glaube. Ja, scheiße. Achso, ich bin ganz tot. Oh, fuck, ey. Gott sei Dank, ich kann bei dir spawnen. Das ist natürlich ein bisschen mit auf dem Feld, jede Wette. Nö, hier irgendwo am Rand. Ich kriege gar nicht XP, die Anzahl. Oder EP. Ich kille ja auch welche. Alter Schwede. Er ist tot. Gott sei Dank. Alles aufsah und dann weg hier. So, weg, 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 weg. Hey, siehe, ich hab durch den Sucher gesehen, wie sie David getötet haben. Das ist also wirklich passiert. Hoffentlich haben sie mittlerweile alles, was wir brauchen. Kommen sie schnell zurück, damit wir das Versteck öffnen und sehen können, was da drin ist. Ist doch eh nur Müll drin. Da war niemand mehr drin, seit ich gebaut wurde. Ich will schon all die Jahre unbedingt herausfinden, um welchen tollen Schrott es sich handelt. Hier ist diese Knallpflanze. Lassen Sie mich nicht warten. Lassen Sie mich nicht warten. Wir haben ein gesundes Frühstück. Ich hab jetzt nichts mehr zum Heilen, Alter. Krass. Oh, oh, oh. Alter, hier ist 42. Weg, 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 weg. Ja, gut. Eigentlich weg. Ich würde nur die Kleine abschießen. Ja, aber 42er. Kriegst du eh nur Scheiße raus. Blödsinn, da brauchst du ja nicht. Ich bin tot. Ah, dann ist TP beim Spawn bei mir. Ja, 42, ist ja klar. Die macht einmal... Und die ist ernsthaft hinter mir. Ich hoffe, du hast keinen Schrott dabei gehabt, auch nicht zu viel wenigstens. Keine Ahnung, ich gucke da jetzt auch gar nicht. Jetzt hat sie... Ja, jetzt geht sie woanders hin. Gut. Zu den Supermutanten und sowas. Jetzt muss ich da natürlich durchlaufen. Ist hier schon wieder so ein Vieh? Ja. Und ich treffe es nicht. Ja. Wart es auf mich mit da hoch hin? Also wenigstens bis zu der Alten, damit wir die... Wenn hier niemand ist, dann muss ich da nicht wieder rumpacken. Achso, ja, stimmt, ja. Dann drücke ich nur drauf, ja? Ich muss da, glaube ich, auch drauf drücken. Ja, dann können wir auch getrennt machen. Ja, aber sonst überlappt das doch wieder. So wie letztes Mal war er nicht. Bevor ich gerade... Ja, na klar, deswegen muss erst mal einer zu Ende hören und dann... Oder beide gleichzeitig, deswegen meint ich. Dass du einfach mal kurz da oben wartest, bevor du drauf drückst. Du musst es gleichzeitig machen. Plastik-Teller... Jetzt nicht dein Erd, die Tür geht vor mir zu... Ja, ist normal. So. Drei, zwei, eins, los. Achso, die... Okay, hätten wir gar nicht interagieren müssen, scheinbar. Äh... Ja. Die labert bei mir schon. Wann dir nicht? Die fragt immer noch, was die Schlüssel teilen. Sie mag ihn nicht besonders. Oh, ich wusste es. Was denn? Noch was? Ja. Ach, jetzt so. Wo man sie begraben hat. Ich würde mit dem Capital Building anfangen. Das ist die letzte Sache. Ich schwöre. Dann ist alles in Butter. Treffen Sie mich beim Versteck im Keller der Skihütte, wenn Sie das Holoband haben. 31 EP ist das dann ernst? Sie haben die Hand zu nehmen. Ich habe gerade achtbekommen. Sie schaffen das selbst. Alter. Das musst du nur du machen? Leuchtpistole, stimmt ja. Kann ich hier mal rausschießen. Ich habe ja alle weggepackt, glaube ich. Ja. Labert bei dir noch, ja? Ja. Oh, ja. Ich habe auch noch mal acht. Suche nach Informationen über Rosialene. Ach, ja. In die Richtung. Bitte, bitte. Ach, du Scheiße. Hä? Da unten. Oh, sind die denn bescheuert? Wo denn? Ach, da. Ja, vor dem. Ah, hier wieder weg. Pff. Ich mache mal kurz den Wegpunkt, weil irgendwie. Da. Huch. Guck mal, dort schiebt. Ja. In dem Moment spottet der Skorpion. Oh, ist er noch so ein grob. Könntest du ruhig noch mit drauf schießen, ne? Ach so, ich dachte, wir rennen einfach weg. Ja, du hast doch auch das drauf geschossen. Brauchst du nicht nur einen Schuss drauf machen. Skorpionstachel, da habe ich ein Ding. Da ist eine Lupe hinter. Gut, da habe ich auch was aktiviert. Da ist bestimmt Säure mit drin auch so. Ah, das kann natürlich sein. Was geht da unten ab? Todeskralle. Alpha Todeskralle. Da wollen wir doch mal drauf schießen. Wenigstens mal mit dem Sniper. Natürlich nicht. Warum auch? Steht doch still. Jetzt. Dann ist sie doof. Kopf weg. 100. Was? Okay, ich habe 209. Na gut, stimmt. Ich habe ja die Karte schon. Ich wollte gerade sagen, du bist die Karte. Eigentlich nur 10%. Naja. Pro 110 EP mehr. Ja, dann hätte ich nochmal um die 120 haben müssen, weil du ja auch 109 bekommen hast. Wenn ich 184. Du hast immer 109 gesagt. Nein, 184 habe ich bekommen. Wow. Bleib versteckt am besten. Natürlich. Vorsicht. Scharfschützengewehr mit Crit, Titanschrott und 10. Was los ist? Zahnräder nehme ich mal mit. Maßgeschneidert. Für Level 40. Der kommt jetzt in deine Richtung. Er hat mich nicht gesehen. Hat er dich? Ich will mal kurz gucken, weil ich habe irgendeinen Sniper mit Crit bekommen, glaube ich. So, du guck. Boah. Boah. Nachtsicht sogar. Und ein Messer ist dran an dem Scharfschützengewehr. Und es macht nur 45 Schaden. Warum? Es hat Level 30. Ich mache gerade mal 45 Schaden. Meins macht schon 62. Da ist Stufe 10. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich irgendeine Erweiterung dran oder so. Oder irgendein Mod. Punkt 38 kritisch. Ja, das ist sogar mit der anderen Munition. Deswegen ist das so schwach. Wenn ich das auf die andere Munition vielleicht ummogle, dann wird es auch vielleicht sogar noch stärker als das, was ich jetzt habe. Boah, jetzt hier mit Gleiter, ey. Das wäre so geil. Oh nein, hier sind diese Eichhörnchen. Hey, krass. Okay, wusste ich auch nicht. Das ist ein Schildlager. Oh Gott, ganz schön. Vielleicht vom Spielern? Nee, nee. Wusstest du das? Hunde? Ja. Ja. Nuka Sherry. Insta-Püree. Püree. Ach cool, wir müssen sogar in Richtung von diesem Fernglas. Cool, da wollte ich sowieso hin. Save me. Save you. Save you not together. Oh, jetzt ist aber... Hä? Oh nee. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Anstatt dass er hier oben rum ist? Ich denke, der Aussichtspunkt ist nicht so... Nein, nein, wir gehen nach ganz unten. Warum springst du hier nicht runter? Weil es viel zu tief hoch ist. Ach Quatsch, komm mit. Hier geht's lang. Dazwischen kommt man nicht. Bin halt hier. Zack. Zack. Ja, okay. Natürlich falle ich ganz runter. Ganz klar. Nichts machen, ey. Vernünft. Oh nein, das war zu weit. Da bin ich auf einmal weggerutscht oben. Ja, ich ja auch vorhin. Bläert, Zucker. Bläert. Du findest mich zocker? Nein. Find ich schon unzocker. Ich find das nicht Salz. Salz. Hä? Ja, okay. Das versteh ich nicht. Irgendwann fällt es dir wieder ein. Oh, guck mal, wir sind hier wieder bei den komischen Autos, was abgeschleppt bleiben wollte oder so, ne? Trotzdem in den Graben reingeporzelt ist. Läufst du eigentlich hin? Ach, cool. Hier steht eine Power... dran. Doch, ich habe alles genommen. Ne, ich habe alles genommen. Ach so. Quatsch, gedrückt halt. Stimmt, ja. Du musst ja langsam mal wissen, was das für Teile sind. Außerdem steht das auch drauf, wenn du sie nimmst. Ich kann es jetzt nur noch mal sagen. Ich habe nicht drauf geachtet. Jo, das sieht man aber eigentlich mal. Mensch, Kalle. Hättest ja eigentlich mit dem Ding noch schnell runterspringen können. Ich hab's ja auch ganz überlegt. Also. Ach, Quatsch, gar kein Problem hier. Kannst du super slide mal. Ja, ich habe auch einen Weg nach unten. Du bist aber da oben hingegangen. So. Scheiße, jetzt habe ich zwei drin. Ja, die eine packst du jetzt raus. Gott sei Dank nicht da eine. Mit dem Zeug. Guck mal lieber dann gleich nochmal nach der anderen. Ja, die muss ich. Dass du die mal richtig rauspackst. Also mit, äh... Wie, als wenn du sie benutzen wollen wolltest. Ich packe die andere. Ich packe die jetzt hier raus. Dass die wirklich meines. Und jetzt sammle ich die ein. Und die schmeiße ich jetzt weg. Das war's. So. So, komm. Daymore. Ach, kann ich ja nicht sammeln. Stimmt, ja. Transfer. Ne, lass doch einfach so. Achso, kannst du noch was anbauen, ja. Ich habe eine Radarrüstung. Ja, tatsächlich. Cool. Du Lacken, Alter, ey. Rechtes Bein und rechter Arm. Genau das beides habe ich. Das fehlt mir. Ich habe ja nur die, ich habe nur die Brustrüstung. Siehst du, warum hast du die Brustrüstung eigentlich nicht dran, ne? Da habe ich doch auch die T45. Die war doch ab Level 25 auch nicht. Und warum hast du nicht die T45 im Lager und die Brustrüstung von der Raider hier dran? Dann hast du auch viel mehr Schutz, wenn du damit rumläufst. Ich gucke auch gerade, das ist gerade komisch. Ich gehe mal nochmal auf Kleidung. Hast du vielleicht die falsche eingelagert in deiner Dings? Ich drücke auf Q und er geht zurück. Was ist denn jetzt los? Dann ist ja wieder auf. Lalalala. Seit wo ist es gemacht? Rechter Arm ist drin, rechtes Bein ist drin. Genau die Beine, die ich schon habe, habe ich wieder gefunden. Das ist Standard irgendwie, ne? Level 25. Ui, die ist aber viel stärker. Level 25. 12. Ich würde die sonst auch noch nehmen, weil mir fehlt auch noch die Raider-Rüstung, zum Teil. Achso, ne, Quatsch. Kannst du gar nicht aufheben. Na, wenn, dann schmeiße ich die jetzt hier hin, weil die wiegt mir zu viel. Ich hätte die jetzt, keine Ahnung. Willst du haben? Dann hier. Na ja, schmeißen wir mal hin, mal gucken, wie viel ich schlagen kann. Ich bin noch nicht wohl an. Kann immer noch 20 Kilo mitnehmen. Ja, das war ich auch nicht, aber ich brauche... Ja, und ich musste nachher halt... Ist ja gerade eine untergesprungen mit der Power-Rüstung? Ne. Ach cool, die Power-Rüstung, die ich abgelegt habe, ist weg schon, ne? Steht bei mir da noch. Achso, meine ist, deswegen hat es so geknallt. Hm. So, was kostet mein Camp jetzt? 17, was ist das denn? Scheißernst. Boah, Alter. Ich muss was essen und trinken. Todeskreienfleisch. Ork. So, jetzt kann ich mir erstmal wieder was zu Fressen raussuchen. Ich trinke immer erstmal das Schwere. Und esse. Ah, ich brauche nichts mehr essen. Upsi. Upsi. Ah, guck mal, hier ist noch ein Ficknick. Guck mal, Picknick. Äh, Ficknick? Ich meine... Hier ist bestimmt der Nuke-Lounge, aber... Wow, das wär's jetzt. Nuke-Kon. Oh, nein. Wow, war schon voll gesaugt mit deinem eklig. Boy. Weinflasche. Wein noch nicht, du kleine Flasche. Hä, aber warum mitten hier im Nichts, ne? Ist auch komisch. Ja, ist halt irgendwo in der Stadt oder so, ne? Ja, aber... Die wollten was ganz Bestimmtes machen in der Nacht, Kalle. Dafür wollten sie ungestört sein in der Wallachai. Ach so, das Zelt wollten sie alleine aufbauen. Ja, genau, das Zelt. Stimmt, stimmt. Ach, die hat eine Weinflasche, weil ich... Ach, jetzt weiß ich genau, was sie machen wollen. Ja, jetzt komm ich nicht mehr mit. Die wollten die Flasche alleine öffnen. Die wollten den Plopp alleine für sich haben. Oh nein, die Korken alleine zwischenlassen? Ja. Oh mein Gott, sind das ein paar Bitche. Bitch, hast du echt die Flasche alleine aufgemacht? Jo. Ringst du? Da sind wir keine Freunde mehr. Jo. Das geht dann so zweieinhalb Stunden. Jo. Wer schießt die? Okay, da oben sind ganz viele Zombies. In die Richtung ist ein Haus zu entdecken. Wow. Ein Haus. Wo eher ein einzelne Kleinstadt. Eine einzelne Kleinstadt? Super Mutant Level 5. Also hier unten sind leichtere, aber... Ich will nur entdecken. Oh, hier gibt's schon wieder so'ne Scheiß-Mission. Gut. Entdeckt. Jukeboxen. Die Musik zurück nachs Schlimmerbild zu bringen. Ist ja geil. Jetzt komm ich hier nicht runter, doch hier. Oh, hier ist einer. Hier ist noch einer. Komm, komm, komm. Ändel nicht. Nicht. Lass mich in Ruhe. Wo bist du denn? Oh, hier haben sie ganz viele... Ach da. Hier haben sie ganz viele Meierrucks. Meierrucks. Ja, okay. Wir laufen jetzt einfach hier am Fluss lang, bis zur Brücke, rüber und hast du noch nicht gesehen. Oh, hier ist noch... Warte mal, ist hier nicht Medikamentenzelt? Ich brauch Metz. Ich brauch Metz. Aka, doli, doli, doli. Oh Gott. Kommt noch mehr. Oh ja. I play Digimon. Stop. Alter, guck mal, wie ausgedruckt das Ding hier ist. Geil. Alles voll. Du springt da jetzt voll rein. Ja, das hab ich mir auch grad so gedacht. Ich hatte ja schon öfters mal, dass das Wasser einfach nicht da war. Ich war noch in der Beta. Guck mal, wir haben hier sogar ein Speedboot für uns. Alter, was für ein Motor. Ja, das ist mal ein V8. Siehst du, so ein kleines Boot. Hier ziehen wir hin. Hier, noch ein Pool. Jetzt siehst du auch mal ein Bloodpool, falls du auch keinen gesehen hast. Wuhu. Welcome to my home. Stahlschrott? Stahlschrott? Wie ist das? Oh, ist die kaputt? Hier ist sogar ein Jetski. Guck mal, ein Volt Jetski. Volt? Na ja, halt ein Jetski. Nein, nein. Von diesen Rutskowski. Von diesen Dingern. Ja, ich mein ja auch nur allgemein wegen Fallout und so. Von Lord Jets. Was haben wir hier? Schrottwil. Willkommen in Schrottwil. Ich würde gerade sagen, eigentlich echt cool. Raider irgendwas bestimmt oder so. Ach, die Raider gibt es hier, glaube ich, so direkt gar nicht, oder? Gule wahrscheinlich. Ah, hier. Super Mutanten. Ja, ich will es aber wenigstens entdecken. So habe ich. You get. Hello in you get. Ich finde es schade, dass es hier keine NPCs gibt. Also, menschliche. Ja. Ich glaube, das wollen sie aber extra machen, dass wir besonders sind. Wir sind besonders. Besonders Schilder. Wir sind allein. Besonders alleine, ja. Oh, was sind hier für roter Schilder? Oder was ist das? Ich bin bestimmt drauf. Warning. Das ist Bojen. Wow. Somerville. Wo machst du denn, wo fabrikst du denn Sommer? In Somerville. Docks. Docks, okay. Alles klar. Meinst du, ich glaube, hier ist auch nichts, oder? Vielleicht ist hier sogar auch eine Power-Raus-Zung. Fehlt nur noch ein Kopf von der T-60, dann habe ich sie komplett. Und ich muss Level 40 sein. Aber ist das nicht schön? Lauf mal nicht so schnell, ey. Dünn. Komm schon. Komm schon. Hier ist ein Geschützturm kaputt gegangen. Können wir aber kein Rad vom Wasser, ne? Doch, wenn man es läuft. Ja, ja, es wäre mal ein Zwerg. Ein Fischerhut. Hier schlägt ein Fischerhut. Ich will den Cowboy-Hut haben. Ich spiele den Cowboy und den Jada. 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 Boah, ich dachte, hier kommt man hoch. Jet-Ski-Rampe! Schau, wie es mir sch... Oh, hier ist noch was zu... Alter, hier unten kam aber vier. Kühlt, okay, schau mal mit Söre. Sommersfields, Damm. Und natürlich. Ähm, müssen wir hier durch? Ja, wir müssen hier wahrscheinlich wirklich durch. Ach, Wanderer. Die. Von Lächt Level 24. Oh, weg! Als Monster von Grape Level 10? Level 10! Oh, hau ab! Das Geile ist, die Zombies... Hinter dir, hinter dir! Der bugt da gerade rum, das ist so geil. Wow. Reicht ja auch so aus der Hüfte, brauchst du hier gar nicht anwesend bei dem Vieh. In your face! Geil. Ja, ist klar. Ach so, die Super-Mutanten schießen noch vollend. Säure und Öl, aufhör? Ja. Wir nutzen die Schwäche des Tieres. Sich verbrachen. Wir machen die Tür zu. Baum, Stamm, Holz gesammelt. Wo sind wir gleich da? 82 Meter. Musst man hier nicht langlaufen, wenn die im Rennen? Boah, nee, in der Stadt hier? Klar. Äh, ach so, doch. Ich glaub, da sind wir... Ja, genau, von da oben hier lang und dann hier in die Richtung. Ja, wo lang? Hier ist die Glocke. Äh, wir müssen nachher hier oben. Da rein. Geräusch haben gehört, sei nicht... Ich hör schon mal Schrotze. Ey, wie kommt man denn ins Haus? Jetzt muss ich aber einmal Pichu'n hier. Ah, hier. Boah, du stehst hier draußen grad nackt. Geil. Ich bin grad drin. Ich komm nicht rein. Doch, jetzt. Aber wie, du gehst rein, in die Klamotten gehen? Ach, du Scheiße. Nein, oh, oh. Oh Gott. Hast du auch grad so viele gehört, ne? Ja. Bleib geducht, bleib geducht. Ach so. Der wäre einsam. Hol den Vorschlag, Kammer. Alter, wohin läufst du denn? Ja, ich... Nein, du doch nicht. Maul da unten. Oh, oh, oh. Natürlich schmutziges Wasser im Verbandskasten, ist so klar, Alter. So, wir müssen nach da unten, oder was? Ja. Äh? Zeh mal runter, ey. Der eine ist quasi despawned. Wow. Ja, hier ist der PC. Scheiße, ich sag gleich, ich guck nach, was wir gucken sollen. Äh. Äh. Suche Informationen über bla bla bla. Oh, hier war ein Gegend. Äh, kannst du mich nicht mal kotzen? Hä? Ich weiß nicht, warum du bist. Ich bin... Ich bin tot. Ich bin dahingang, wo wir hingehen müssen. Ja, weiß ich nicht. Ich wollte erst mal alle killen. Bevor wir hier irgendwas machen. Hier sind doch so viele. Sonst merkst du mich immer voll, dass ich das mache, was du gerade gemacht hast. Weil hier ist doch alles voll. Ja, weil ich dachte, du bist hinter mir und nicht das Vieh. Äh. 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 Schwerer. Der hat ihn für eine Klamotte. Ach du Scheiße. Oh. Ich bin ein verdammter Roboter. Ich wollte sie einfach aus dem Weg haben, um bei der Beute zuerst zugreifen zu können. Wenigstens bin ich ehrlich, oder? Die Sonde ist, dass ich es nicht durchziehen konnte. Entweder bin ich durch sie zu einer besseren Person geworden, oder irgendein Überbleibsel von Miss Nanny wurde aktiviert und ich empfinde plötzlich was für andere Leute. Das ist alles nutzloser Vorkriegsmüll. Bedienen sie sich nach Herzenslust. Es könnte dort gute Beute geben, aber dieser Schrotthaufen wird ohne Abholschein nichts davon rausrücken. Viel Glück bei der Suche. Ich konnte es nicht mal aus ihm rausschütteln. Und glauben Sie mir, ich hab's versucht. Es gehört alles Ihnen, wenn Sie eine Idee haben. Also, das wär's. Hey, kein Grund reden zu vergießen. Wir werden in nächster Zeit bestimmt wieder Schätze miteinander machen. Tüdelü. Tüdelü. Oh, und bevor ich es vergesse, dieses Verbindungsgerät, oder wonach auch immer Sie suchen, ist ebenfalls im Versteck. Hurra, Sie haben es. Ich finde Hauptschlüsse. Vergesst Sie mich nicht nur an mir, was Sie wollen. Ich werde Sie finden. Müssen wir wieder raus. So. Wow. Wow. Dieser Kackroboter, alter. Alter, schwedeln hier viele. Patrona. Vorkriegsmüll. Ist hier vielleicht die vierläufige? Oh, hier ist ein Safe mit drei. Jetzt müssen wir die alle killen, oder was? Nein, ich hab gehofft, dass es hier irgendwo eine Crapbank gibt, oder sowas. Nee, weil die doch den Scheißer gelabert hat, hast du nicht zuhört? Wie gibt es nicht? Wo du damit fertig warst? Oh, steckt der Raider. Oh, hier ist ein Safe. Oh, für zwei. Gut. Wow. Ja, komm. Oh, ich brauch was zum Zerkrippeln. Oh, ich hab mal einen Stimpeg gefunden. Nice. Jetzt halte ich bestimmt das Level 50 nochmal durch. Also, mehr sagt muss ich. Ich vergrat's auch. Hallo. Noch weiter runter hier. Die A2, ja. Ich geh da grad hin. Okay, hier ist ein J45. Wahlterminal. Hast du hier irgendwo eine Nummer, Ding? Hier ist ein Anmelde. Hier ist eine Straße eingestürzt. Die Wahl ist ihre patriotische Pflicht, Bürger von Appalachia. In diesem November können Sie, meine Freunde, über die Zukunft unserer Lebensweise entscheiden. Ich weiß, dass viele von Ihnen sich Sorgen wegen der Automatisierung machen. Und ich weiß aus erster Hand, welche kurzfristigen Auswirkungen es gibt. Bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgibt. Doch, die Automatisierung wird unsere Fabriken, unsere Städte und sogar unsere Häuser in Wien. Ja gut, raus hier. Irgendwas zum. So, vielen Dank fürs Zuschauen für die zweite Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.